Aber du trägst diesen Kampf zu Faev und sie weiß, dass sie ihn verliert. Also weiter so. Und vergiss mir Burke nicht. Falls du den Schuh da draußen rumwandern siehst, dann schnappst du ihn dir, Oki. Wir müssen ihn aus dem Piss rausholen. Weit aus Ende. Kommt ihr noch einmal her? Ich höre hier eine Menge Nachrichten über Funk. Die Peggy sind schwingt sauer wegen ihrer Wasseraufbereitung. Die scheinen dich wohl nicht allzu sehr zu mögen. Gut gemacht, Deputy. Kommt ihr auf einmal hier alle reingestürmt? Wenn ich hier mal ein Safe knacken will. So. Machen wir jetzt mal schön Ruhe hier auf. Ich will mal reingucken hier in so ein Safe. Hm. Ein bisschen Geld. Hab mir noch ein bisschen mehr erhofft. Aber ich meine, um Safe Geld zu finden, ist ja auch nicht so abwegig. So. Hättest du mir mal den Rücken mal decken können hier, meinst du nicht? Haben wir das jetzt hier alles, oder? Guck mal, dass wir hier abhauen. So eine schlechte Luft hier. Tja. Und wieder eine neue Waffe, also Waffen freigeschaltet haben wir auch. Wollen wir uns mal das hier angucken. Belohnung gibt es ein Helikopter. Ist doch eigentlich ganz cool. Machen wir das einfach mal. Habe Sichtkontakt. Direkt unter mir. Position, Werte! Ähm. Wo? Egal. Wir gehen jetzt einfach da den Helikopter holen. Also dafür brauche ich auf jeden Fall eine Lenk-Lakete. Habe ich vielleicht gerade freigeschaltet, dass es nicht so lege jetzt auch die... Flugzeuge gibt. Wie soll ich denn da? Stellungswechsel. Mann, du Freak. Also den treffe ich noch niemals mit der... Panzerfaust. Da bräuchte ich schon... MG oder sowas. Ja. Keine Chance. Alter! So, ich habe jetzt hier... Den Schweißbrenner da angehabt. In der Hand gehabt, meine ich. Was ist denn der hin, den ich gerade abgeschossen habe? Ich muss hier doch... Alter! Kannst du mal... Wo bist du eigentlich wieder? Moment, vielleicht kann ich mal... Sekunde, 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 Sekunde. Machen das jetzt anders. Ich brauche jetzt mal den Helikopter-Unterstützung, der mir hier... Luftunterstützung gibt. Liesst du die Arschlöcher da drüben? Ja genau, die da, meine ich. Gehst du das hin? Hat der... Scheiße! Der hat sogar noch gesagt, Bombe raus. Der hat mich richtig um den Kieker, der Kerl. Ich verkiere den Gegner! Schwichtkontakt zum Ziel verloren! Wo sollst du den da abknallen? Gute Wahl! Da ist sie. Wah? Trifft den wahrscheinlich auch nicht so gut mit dem Heli. Ich brauche eine MG oder sowas. Am besten wäre eine Flak. Äh... Ist zur Zeit nicht verfügbar. Warum? Ich hole mir den Gegner von der Seite! Ich sehe das Ziel von hier oben nicht! Mal so blöd gefragt. Wurde die abgeschossen? Achtung, Lassen! Ah, schon wieder so eine Bombe, ey. Ich muss hier noch irgendwie loswerden können. Zack, 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 zack. Ich brauche eine MG, ich brauche eine MG. Ist da irgendwo eine MG? Nein, natürlich nicht. Warum ist denn hier an der Brücke keine MG-Stellung? Ah, schon wieder so eine Bombe. Alter, er trifft aber auch die... ...scheiß Bomben. Ja, das Problem ist, dass ihr so ein Flugzeug im Arsch klebt. Uff, das dauert ja ewig, bis die wieder bereit ist. Ich kann ja natürlich mit den Punkten das machen, ne? Genug hätte ich auf jeden Fall. Machen wir das mal. Wenn ich öfter so einen Helikopter, äh, äh, so einen Flugzeugtypen hier... ...hab... ...so, wie lange geht das jetzt? Das dauert ja immer so lange. ...die du dann zu Klump schießt. Ja! Ich frankiere den Gegner! Und hier oben ist es! Ich kann den dummerweise auch gar nicht ins Visier nehmen. Mit dem Gewehr. Ich muss einfach mal... Kann ich die Tankstelle einfach so einnehmen? So. So, Kasse... ...plündert. Komm, was lesen. Notiz aus der Tankstelle. Sehr geehrter Mr. McDev... ...Dev... 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 ...keine Ahnung. Uns haben Beschwerden erreicht, dass auf ihrem Standort für Mystery über Gas einer Tochtergesellschaft von Golden Valley Gas ein MG-Geschütz auf dem Dach montiert ist. Oh, das ist gut. Dieses schadet unserer Kooperat-Identity und unserem Beruf als führende Ölgesellschaft Montanars. Mit entfernen Sie sämtliche Geschütze an Ihrem Standort. Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, wird dies zum Entzug Ihrer Lizenz als Falscheißenherber führen. Freundlichen Grüßen, Lerow und Andy Finney, Vertreter der Gold Valley Gas Company. Ein MG. Na, komm. Geh doch drauf. Meine Güte. Wo ist das MG? Seid ihr, der trifft mich hier mit der Schrotflinte auf die Entfernung nicht, ey. Da ist das MG. Na, verdammt. Jetzt haben sie mich erwischt, weil das Hilfeset nicht funktioniert hat. Ist doch blöd. Hey, äh, fast hätte ich's vergessen. Der Laptop verbindet sich mit dem GPS auf deren Booten. Schau was. Also, finde den Computer, dann die Boote und dann finden wir ihre Container. Die du dann zu Klumpf schießt. Yeah. Na ja, auf jeden Fall haben wir anscheinend das Problem mit dem Flugzeug nicht mehr. So. Also, den auf dem Dach sind wir schon mal los. Ist ja eingeschlafen. Okay. 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 Erstmal ein bisschen hier auf Seite gehen. Bin ich ein bisschen konzentriert, deswegen habe ich gerade so nichts gesagt. Da haben wir wieder einen erwischt. Da oben ist auch wieder einer. Jetzt geht mir die Mutation aus. Hoffen wir mal die Katze macht da den Rest. Auf jeden Fall könnt ihr der Puma jetzt ihn da erledigen. Das dauert immer viel zu lange. Warum können die eigentlich alle immer noch so zappeln? So, ein bisschen Mutation haben wir wieder gesammelt. Dann können wir mal plünern. Dann müssen wir noch mehr Mutation kriegen. Zumindest aber schon mal. Jetzt wird alles voll. Weiter. Heilen, 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 heilen. Wie viele sind denn das hier eigentlich? Soll ich? Soll ich nur noch den Raketenwerfer? Oh. Geht der Gäste! 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 alles erwischt haben oder ist hier noch jemand verkehrt alles ab hier zumindest haben wir schon mal den Laptop ach das ist immer so ein Ding Dong hier von wegen da kommt einer was ist denn das okay ja Tankstelle befriedet würde ich sagen nur tanken kann es hier nicht mehr na ey ich wollte doch hier den wollte ich haben den Baseballschläger in der Hand ok erstmal nochmal hier alles mögliche aufsammeln und auffüllen ich habe glaube ich versehen sich irgendwie ein Munitionslager eben erschossen das war natürlich doof ich habe die ganze Zeit gar nicht mit dem Schülern im G hier spielen können so gemein hm ich dachte gerade ich könnte da was mit einsammeln ach guck mal da ist eine Munition das nehmen wir doch gerne danke dann so ne ich wollte eigentlich schon runter ja so verdammt das Flugzeug ist wieder da jetzt hole ich den runter jetzt hole ich den Typen runter ähm einmal speichern so Flugzeug wo bist du ah Schwenkbereich von dem G ist nicht besonders groß ist das jetzt weg hat mich nicht gesehen deswegen hat er mich gar nicht erst anvisiert oder wie naja soll mir auch recht sein vielleicht nochmal schau ähm tja alles ist das hier wieder respawned können wir uns ja sogar nochmal vollladen damit oder dieses Flugzeug zu gerne mal abschießen ähm und war der Helikopter nicht hier irgendwo war nicht was sollst du denn jetzt in der Nähe der Heli ah da ist einer und ähm da kann ich mir entkaufen dann holen wir uns natürlich den der umsonst ist da ist irgendwas aufgeploppt wahrscheinlich wieder irgendwie eine Geisel oder sowas ne so so Zivilist gerettet guten Tag mein Kumpel sagt bei der Kneipe hätte jemand Pflanzen und so gesammelt der Typ hat wohl was davon gebrabbelt man müsste die eigene Biochemie verändern um die Sekte zu bekämpfen verdammte Junkies Scheiße ich darf nicht sterben hilf mir jemand was ist los mit dir also sie sind so komisch die KIs hier hier du fliegst mit meinem Helikopter weg das ist jetzt nicht wahr ne das ist doch jetzt nicht wahr der fliegt gerade wollt ihr mich verarschen der will ja mit meinem Helikopter weg hier ich glaub es nicht gib mir meinen Helikopter ey 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 ey